Also, was passiert, wenn wir ein wirklich gutes Gespräch haben und uns wirklich gut miteinander verstehen, eine gute Interaktion haben, der eine spricht der andere hinzu und das ist wirklich qualitativ hochwertig, dann passiert was Magisches, dann gleichen sich Gehirnwellen an. Das ist eine ganz tolle Sache und da gibt es auch Bilder im Internet dazu, wie zwei Menschen fast gleiche Gehirnwellen, also in die gleichen Schwimmungen, wir schwingen, wir sind auf derselben Wellenlänge. Das passiert dann, wenn man sich gut versteht, wenn man abwechselnd sich austauscht, wenn man sich gegenseitig zuhört. Und jetzt kommen Leute und bringen den Leuten bei, wie man aktiv zuhört. Okay, ich glaube, man merkt, dass ich da überhaupt nichts von halte. Aktives Zuhören kommt aus der Psychotherapie. Da sitzt jemand hinter einem oder vor einem und möchte, dass derjenige sich öffnet. Und das ist ein Beruf. Das hat nichts damit zu tun, was wir teilweise machen oder was uns teilweise beigebracht wird beim aktiven Zuhören. Das ist Schautor, das ist der Anfänger, was da gemacht wird. Da muss ich den anderen spiegeln. Und dann sitzt er aber anders da. Dann hat er sich jetzt so rumgedreht. Oh, schass, der muss sich auch so rumdrehen. Und dann muss ich jetzt so gucken, dann muss ich nicken und zustimmende Geräusche machen, dass der andere das Gefühl hält, ich will zu. Und dass ich aufmerksam kann. Und dass ich aufmerksam bin. Jetzt stellen Sie sich einfach nur mal vor. Nur so zum Spaß. Sie würden wirklich aufmerksam zuhören. Was für ein Gefühl hat dann der andere? Nur so zum Spaß. Wenn Sie wirklich aufmerksam zuhören und schöne Verleihungen zu lernen schanzen. Und immer glauben, das nächste Gespräch, da höre ich etwas, das habe ich so in meinem Leben noch nie gehört. Wenn Sie mit der Einstellung in Gespräche gehen und glauben, dass jeder ein Experte in irgendetwas ist. Dann hören Sie automatisch aufmerksam zu. Dann spiegeln Sie den anderen automatisch. Ich zum Beispiel, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und mir wirklich interessante Sachen gesagt werden. Ich übernehme auch ganz oft den Sprachduktus der Menschen. Gestern ist mir das auch gerade wieder passiert, weil ich mich mit einer Freundin unterhalten habe. Und die haben mir auch ganz viele spannende Sachen erzählt. Dann habe ich mich nach Hause und habe mich noch mit jemand anders unterhalten. Dann habe ich gedacht, das gibt es doch nicht, das gibt es ja der Hammer. Das nehmen wir dann auch noch ein Stück mit. Und dann ist eine tolle Interaktion gelaufen. Ich habe mir nicht einmal kurz darüber Gedanken gemacht, ob ich in die Augen geguckt habe, ob ich genickt habe, ob ich umgemacht habe. Nein, es war ein tolles Gespräch. Die hat tolle Sachen erzählt. Das habe ich alles automatisch gemacht. Hören Sie auf damit. Machen Sie keine Turnstunden für Anfänger beim Zuhören. Lassen Sie das. Gehen Sie mit einer anderen Einstellung in Gespräche. Gehen Sie in Gespräche, dass Sie das Gefühl haben, jetzt höre ich was, das habe ich so noch nie gehört. Immer unterbrechen Sie die Leute nicht mehr. Erinnern Sie sich an Ihre gute Kinderschufe. Okay, zu 90% wissen Sie wahrscheinlich tatsächlich, was kommt. Aber die 10%, wenn Sie denjenigen unterbrechen, die werden Sie verpassen. Und diese 10% könnten Ihr Leben verändern. Bei jahrelangen Führungskraft in der Finanzdienstleistung war eine ganze Zeit lang auch nicht wirklich gut. Muss ich ja mal so sagen. Ich war echt schwer. Und ich habe auch überhaupt nicht zugehört. Wenn es so hart auf hart ging oder wenn wir schwierige Gespräche hatten und ein Mitarbeiter immer ja aber gesagt hat, dann klopfen wir immer sofort die Augen nach hinten. Und ich habe den natürlich sofort auch damit gehofft. Irgendwann ist ein sehr geschätzter Kollege zu mir gekommen und hat gesagt, Anja, wenn du nicht bis zum Ende zuhörst, kannst du eine Information verpassen, die dich und dein Leben ändert. Die auch den Job ändert. Die vielleicht dein Problem löst. Damit hat er das nicht. Das war mein Einstieg ins Zuhören. Ich hatte vorher Kurse im aktiven Zuhören gemacht. Ich habe dann auch Totschule für Anfänger gemacht. Lassen Sie es. Hören Sie zu. Und seien Sie im Gespräch und dann gehen Sie raus. Sie müssen ja nicht bis zum Ende zuhören. Wenn das uninteressant ist und Sie dann auch sagen, okay, komm, ich habe jetzt keine Zeit mehr, verlegen Sie was, sagen Sie was. Aber bleiben Sie nicht halbfessig drin, wie immer in Ihr Haus. Rein oder Haus. Und wenn Sie sich für drin entscheiden, wenn Sie sich für das Gespräch entscheiden, vielleicht müssen Sie sich für manche Gespräche entscheiden, aber dann machen Sie es für die ganze Zeit. Ganz oder gar.